Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Eine Sonderausgabe würde ich sagen. Herzlich willkommen an alle, die da sind. Heute ein ganz besonderes Webinar und zwar in Zusammenarbeit mit Visa und OMR. Und zwar wollen wir uns mit dem ganzen Thema Tools, Steuertools mal näher beschäftigen und ja, ich würde mal sagen, das richtige Setup vorstellen, besprechen und auch so ein bisschen darum, worum geht es eigentlich. Natürlich, das ist kein Geheimnis, sind wir, also Contest und die Contest Steuerberatung und auch die Visa-Karte, natürlich ein möglicher wichtiger Bestandteil in deinem Setup für deine Buchhaltung und deine Steuern und so weiter. Aber natürlich nicht zwingend Voraussetzungen, also es gibt natürlich auch andere Lösungen, etwas zu machen und genau das wollen wir uns anschauen in den nächsten Minuten. Das heißt, wie kannst du für dich auch das richtige Tool finden und was wird tatsächlich auch bei den meisten Tools falsch gemacht? Es gibt zu dem Thema, ich würde mal sagen, so einleitend hinführend zu diesem ganzen Thema auch schon einen Vortrag, den ich auf der Finance Forward-Konferenz gehalten habe und zwar vor zwei Wochen glaube ich und die Aufzeichnung von diesem Vortrag, den findet ihr auch auf diesem YouTube-Kanal als hochgeladenes Video. Das heißt, den könnt ihr auch gerne euch später anschauen. Vielleicht könnt ihr tatsächlich auch einfach, vielleicht schreibt ihr einfach mal in den Chat rein, ob ihr diese Aufzeichnung eventuell schon gesehen habt oder nicht. Ich würde mal sagen, ein kleiner Teil ist überschneidend, aber heute wollen wir wirklich eher auf die praktische Ebene gehen und uns das wirklich ganz konkret anschauen. Wie kann das aussehen und auch wie machen wir das? Welche Erfahrungen haben wir dabei gesammelt? Was ist meine Erfahrung damit und so weiter? Weil ich sitze jetzt nicht nur hier vor euch als Steuermensch von der Kontist Steuerberatung, sondern ich war selbst in meinem Leben auch schon ungefähr 15 Jahre selbstständig. Das heißt, ich habe damit schon eine ganze Reihe Erfahrungen gesammelt, wie man sich da selbst organisieren kann und ist auch so ein bisschen mein Job bei der Kontist Steuerberatung, ist so ein Pragmatismus da rein zu bekommen und einfach wirklich praktische Lösungen zu finden. Weil ich würde mal sagen, alle Steuermenschen neigen so ein bisschen dazu, Dinge zu verkomplizieren und wir wollen Dinge einfacher machen. Das deutsche Steuerrecht ist kompliziert genug. Steve Jobs hat irgendwann mal gesagt, jeder Idiot kann Dinge kompliziert machen. Das wahre Genie zeigt sich darin, etwas einfach zu machen. Und in diesem Sinne ist das unser Anspruch für heute, dass wir das hinbekommen, für euch das einfachste Setup für euch zu finden. Und genau darum soll es gehen. Und dafür springe ich einmal in die Präsentation, die ich vorbereitet habe. Darum geht es heute. Und zwar Text-Tech, dein Werkzeugkoffer für eine bürokratiefreie Selbstständigkeit. Ehrlicherweise werde ich nicht in der Lage sein, die Bürokratie abzuschaffen im Bereich Steuern und Buchhaltung. Das ist seit ein paar Monaten der Job von Christian Lindner. Und der macht da hoffentlich was. Das kann ich euch leider nicht versprechen. Was ich euch versprechen kann, ist, dass es Tools gibt, die euch das Leiden unter der Bürokratie in Deutschland erheblich vereinfachen. Und darum soll es genau gehen in den folgenden Minuten. Und die einen oder anderen kennen vielleicht dieses grandiose Ding. Und zwar so eine gute Steuererklärung. Das ist eine Einkommenssteuererklärung. Und zwar noch nicht mal eine gesamte. Das sind so die Sachen, die ihr ausfüllen müsst. Habt ihr schon Kinder und außergewöhnliche Belastungen und so weiter. Aber so sieht das Ganze ja im Wesentlichen aus. Ich habe das mal digitalisiert. Und zwar sieht das so aus. Das heißt, wenn man das jetzt alles einscannt, dann sieht das ungefähr so aus. Sieht natürlich, ihr seht, wohin die Zeit für meine Vorbereitung für das heutige Webinar geflossen ist. Und zwar im Digitalisieren der Einkommenssteuererklärung. Das ist ja eigentlich das Ergebnis, was jeder von euch machen muss. Und zwar fängt es an mit der Rechnungsstellung. Also für euch, wenn ihr ein Angebot schreibt und eine Rechnung macht und dann, glaube ich, eine Buchhaltung macht, die unsere Steuervoranmeldungen macht und so weiter, führt das am Ende ja alles zu einer Steuererklärung. Das ist der einzige Grund, warum das irgendwie relevant ist und warum ihr am Anfang, wenn ihr sogar ein Angebot schreibt, schon viele Informationen reinpackt. Ihr macht das Ganze auf täglicher Basis, habt ihr diesen ganzen Ärger und Stress in erster Linie deswegen, weil ihr irgendwann das hier braucht und ausfüllen müsst. Das ist der einzige Sinn und Zweck dessen. Und das ist die große Frage, wie kriege ich das denn einfacher hin, als dass ich mit Zettel, Stift und Papier mir diese Dinge ausfüllen muss. Das ist die große Preisfrage, die es zu beantworten gilt. Das heißt, was könnten wir denn machen? Oder wie schön wäre es denn, wenn sich das Ganze irgendwie effizienter gestalten lässt? Das heißt, irgendwie automatisiert, irgendwie zeitsparender, weil das Ganze frisst unheimlich viel Zeit. Und es gibt da so drei Grundregeln, die ihr beachten solltet. Die erste Grundregel ist Ordnung halten. Tatsächlich. Es hat nichts großartig mit Steuerrecht und so weiter zu tun. Ordnung ist das halbe Leben. Kann man nicht anders sagen. Deswegen liebe Grüße an dieser Stelle an meine Mama, die mir das auch immer ständig vorgepredigt hat und ich nie auf sie hören wollte. Und ich kann euch sagen, es stimmt soweit. Und die Buchhaltung und die Steuererklärung und so weiter, die spielt leider in der ordentlichen Hälfte eine Rolle und mich in der unordentlichen. Problem ist allerdings, wenn ihr selbstständig seid, dann habt ihr eins nicht so viel und zwar Zeit. Denn Ordnung zu halten braucht einfach Zeit. Das heißt, natürlich könnt ihr Excel-Tabellen pflegen. Natürlich könnt ihr auch alle selber machen. Ihr könnt auch rein theoretisch diese ganzen Formulare und so weiter, die könnt ihr auch per Hand ausfüllen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Es kostet aber wahnsinnig viel Zeit. Das heißt, Ordnung zu halten braucht Zeit. Erstens ein bisschen Wissen, aber Wissen ist gar nicht das riesengroße Problem, sondern sobald ihr irgendwas ordentlich organisiert habt, dann habt ihr schon mal großen Vorteil. Aber um diese Zeit zu sparen, also um Ordnung zu halten, da kann Technologie ernsthaft weiterhelfen. Und das ist auch die Logik. Wichtigster Punkt ist immer, ihr müsst erstmal Ordnung haben. Ihr müsst klare Strukturen und Prozesse haben in eurer Buchhaltung. Ihr müsst Tools haben, wo die Workflows passen. Klar, die meisten von euch sind irgendwie solo-selbstständig. Die haben jetzt kein großes Unternehmen mit mehreren Abteilungen und so weiter. Das heißt, ihr müsst irgendwie klare Prozesse haben. Und das ist auch der Grund, warum wir bei der Kontestollberatung uns ganz konzentriert, also wirklich darauf spezialisieren, wie müssen die Prozesse eigentlich aussehen. Weil es bringt nur Sinn, Dinge zu automatisieren, wenn die Prozesse klar und ordentlich sind. Wenn die Prozesse nicht funktionieren, also keine Ordnung herrscht, dann braucht man auch gar nicht groß anfangen mit dem Automatisieren. Deswegen ist der erste Schritt immer Ordnung schaffen. Dafür muss Zeit eingeräumt werden, aber diese Zeit kannst du sparen mit dem richtigen Einsatz von Technologie. So ist die Reihenfolge. Und genau dazu kommen wir auch gleich. Ich gehe auch immer gerne auf eure Fragen ein. Das heißt, wenn ihr zu allen Fragen habt, wir werden natürlich noch deutlich konkreter als jetzt bisher, aber ich gehe gerne jederzeit auf eure Fragen ein. Ich weiß, dass dieses Video auch eingebettet ist und dieses Webinar eingebettet ist. Ihr könnt auch jederzeit bei uns auf den YouTube-Kanal Kontestollberatung gehen und könnt dann da direkt Fragen stellen, auf die ich jederzeit gerne natürlich auch eingehe. Und das hat Sergej zum Beispiel gerade gemacht. Er schreibt, Frage, sollte man für die PKV das Kontestkonto angeben oder das Privatkonto? PKV, Übersetzung, private Krankenversicherung. Würde ich über das Kontestkonto laufen? Also für dich jetzt, Sergej, für alle anderen, ich komme gleich nochmal dazu, da setze ich die Frage auch nochmal in den Kontext, ist tatsächlich nämlich auch ein Teil davon. Würde ich immer über Kontestkonto laufen lassen? In Kontest musst du es dann allerdings als privat markieren, weil das eine private Ausgabe ist. Also es hat nichts eine private Krankenversicherung, ist keine Betriebsausgabe. Deswegen solltest du sie als privat kategorisieren. Ich würde sie trotzdem über Kontest bezahlen, weil dann die Steuerdaten schon in Kontest da sind und du dann halt eine Jahresbuchhaltung, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie du deine Steuern machst, ob du sie selber machst, ob wir sie vielleicht für dich machen oder irgendein anderer Steuerberater. Dann hast du aber diese für die Steuerberechnung relevanten Informationen alle schon bei Kontest drin. Und das ist grundsätzlich mein Appell. Alles, was für euch steuerlich relevant ist, das sollte die an einem Ort haben. Und deswegen, Sergej, für dich, die PKV solltest du idealerweise das Kontestkonto bezahlen, weil dann ist dein Kontestkonto quasi die Source of Truth. Das heißt, die Quelle der Wahrheit. Das heißt, da sind dann alle Informationen, solltest du machen. Warum das so ist, dazu komme ich tatsächlich gleich ausführlicher, warum das so wahnsinnig wichtig ist, das so zu machen. Und grundsätzlich muss ich schon mal sagen, und da werde ich wahrscheinlich einigen so von der Seele sprechen, ist, das Leben könnte so einfach sein. Ich meine, ich habe einen Screenshot gemacht, habe ein Smartphone, ihr habt wahrscheinlich andere Apps, aber ich habe ein Smart Home, ich habe meine Navigationsgeräte, ich habe mein Shopping, ich habe meine Finanzanlage, Verwaltung, mein Sport, meine Arbeit, meinen Bücherschrank, mein Essen, mein anderer Supermarkt, der mir so innerhalb von zehn Minuten was an die Haustür liefert. Ich habe meine privaten Kontakte, meine Musik- und Hörbücher, mein Datingleben, meine Finanzen, meine Übersetzung, mein Job. Ich habe alles irgendwie in diesem Smartphone. Das ist, so funktioniert das Leben heute. Und ganz ehrlich, so sollte meiner Meinung nach auch das Leben funktionieren. Zumindest die nervigen Sachen. Ich meine, einige Sachen davon machen sogar mehr Spaß. Ich gehe lieber einkaufen oder koche lieber, als meine Steuererklärung zu machen. Und trotzdem haben wir eine Automatisierung oder eine technische Lösung fürs Einkaufen oder fürs Kochen, aber nicht für die Buchhaltung. Die Buchhaltung sieht doch relativ häufig noch so aus. Und das ist ein bisschen ätzend und das ist ein bisschen frustrierend und daran sollten wir eigentlich was ändern. Und die große Frage ist, warum ist das eigentlich so? Wie ihr seht, ich habe nicht nur Steuerdokumente eingescannt zur Vorbereitung, sondern ich habe wunderschöne Illustrationen von einer chaotischen Buchhaltung gedreht. Ihr seht auch die gleichen Formulare nochmal. Das heißt, die habe ich vielfach verwendet. Und ganz ehrlich, wir haben bei Contest, also von der Contest Steuerberatung, haben wir eine Umfrage gemacht mit allen unseren Kunden. Contest Banking hat ja eine ganze Reihe, also eine mittlere fünfstellige Anzahl an Kunden. Und wir haben eine Umfrage gemacht, schon vor einiger Zeit. Wie viel Zeit geht eigentlich so pro Jahr für die Selbstverwaltung drauf? Und das Ergebnis war ungefähr 25 Tage im Jahr mit Selbstverwaltung. Das beinhaltet Rechnung schreiben, Angebote schreiben, Angebotskommunikation, Buchhaltung, Umsatzsteuervorgenmeldung, Zusammenfassungsmeldung, Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteuererklärung, Einkommenssteuererklärung, Gesetzesneuigkeiten zu recherchieren. Das bedeutet auch, an solchen Webinaren hier teilzunehmen, weil ihr seid verantwortlich, dass ihr alles im Griff habt. Das alles ist ja irgendwie Teil des, dessen, der eigenen Selbstverwaltung. Das alles müsstet ihr nicht machen, wenn ihr einfach angestellt seid. Und das ist natürlich super ätzend. Und ich selber kann das anhand meiner eigenen selbstständigen Erfahrungen auch so bestätigen. Auch ich habe ungefähr so lange gebraucht. Das heißt, es geht wirklich ungefähr ein Arbeitsmonat im Jahr drauf für die eigene Verwaltung. Das ist Wahnsinn. Wenn man sich überlegt, dass Angestellte, wenn sie nur angestellt sind, nicht mal einer Einkommenssteuererklärung machen müssen, geschweige denn die monatlichen Abrechnungen und Steuervoranmeldungen und Recherchieren und so weiter. Nein, das macht der Arbeitgeber alles für einen. Das heißt, als Selbstständiger hat jeder schon mal das riesengroße Problem, dass man da echt, also echt richtig krass Zeit investieren muss, die einem so keiner bezahlt. Und das ist echt, ich würde mal sagen, besorgniserregend, dass das so aufwendig ist. Und ich weiß nicht, wie es zu euch geht. Natürlich gibt es da zu zahlen. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann kann ich das gerne auch nochmal nachreichen. Speziell zu unserer Umfrage, was da rumkommt und was die Leute machen und so weiter. Aber all das, was in Anführungszeichen tote Zeit ist, die nur dafür sorgt, dass ihr Aufträge bekommt, dass alles mit dem Finanzamt richtig kommuniziert ist, Prüfungen, auch Termine mit einem Steuerberater und so weiter, das frisst einfach wahnsinnig viel Zeit. Und diese Zeit kostet euch Geld, weil ihr in der Zeit ja sonst auch hättet arbeiten können und Umsatz machen können. Und das ist leider keine besondere Ausgangslage, wie es gerade in Deutschland aussieht. Aber ich möchte euch jetzt auch nicht ewig lang damit zutexten, was alles blöd gerade ist. Die große Frage ist, ja, an dieser Stelle, was ist denn die Lösung für dieses ganze Problem? Und ehrlicherweise stelle ich mir die Frage schon seit Jahren, um es mal so zu sagen. Ich habe mich selbstständig gemacht mit 17 Jahren. Also ihr könnt ungefähr rechnen. 17 Jahre, das heißt, ich war 15 Jahre selbstständig. Ich bin eigentlich so Anfang mit der 30. Stimmt auch. Das heißt, seit Anfang an überlege ich mir, wie kann man das eigentlich irgendwie effizienter gestalten. Und das ist so ein bisschen die Mission gewesen. Und ehrlicherweise auch meiner ersten Gründung. Da hatte ich noch nicht mal was mit Steuerberatung zu tun, sondern die große Frage ist da immer gewesen, wie werde ich diesem Bürokratiemonster irgendwie her? Mit 17 hatte ich natürlich keine Ahnung von Steuern. So was lernt man in der Schule nicht. Sollte man vielleicht, lernt man aber nicht. Das heißt, meine erste Selbstständigkeit ist auch grandios in die Hose gegangen. Gerade deswegen, weil ich nicht in der Lage war, mich selbst zu verwalten. Ich wusste einfach nicht, wie es geht und würde später dann vom Finanzamt quasi, ja, das Finanzamt hat mich gekriegt. Ich musste ordentlich nachzahlen, ist über 10 Jahre her, kann ich jetzt ohne Probleme erzählen. Da war alles nicht ganz so sauber, weil es verjährt ist und Betriebsprüfung ist jetzt auch nicht mehr möglich in dem Fall, weil es halt länger als 10 Jahre da ist. Aber ich habe gemerkt, nach Studium und Jahren in der Steuerberatung, das Ganze ist halt nicht die Lösung. Steuerberater sind schon fast irgendwie Teil des Problems und deswegen, ehrlicherweise, ist in dem Fall die einzige Lösung Folgendes. Das heißt, stellt euch mal einfach vor, ihr vergesst alles, was ihr wusstet, wie man es bisher gemacht hat. Das heißt, stellt euch mal einfach vor, ich nehme euch mit auf eine Reise, ihr werdet geblitztdienst und genau das wisst ihr und wir alle über Steuerberechnung. Das heißt, wir vergessen wirklich einfach einmal alles. Idealerweise so alles. Und wenn wir uns jetzt überlegen, welchen Sinn und Zweck hat diese ganze Bürokratie eigentlich, dann wird das ganze Absurdität erst deutlich. Und zwar geht es ja eigentlich nur darum, wir als Gemeinschaft, also Gruppe, ihr, die alle zuguckt und ich und sonst auch alle, wir haben gemeinsam Ausgaben. Natürlich kann jetzt theoretisch in Deutschland jeder auch selber seine eigenen Straßen bauen und solche Sachen und seine eigene Sicherheitsdienst beschäftigen. Aber es ergibt doch mehr Sinn, irgendwie zusammen Straßen zu nutzen und zusammen eine Polizei zu haben. Und deswegen haben wir gemeinsame Ausgaben. Und lasst uns doch mal gemeinsam Geld zusammenpacken. Und wenn wir dieses Geld zusammenlegen, dann können wir davon unsere gemeinsamen Ausgaben tätigen. So wie Steuern, so wie das der Staat auch macht. Und dann sollte das idealerweise auch fair ablaufen. Es ergibt keinen Sinn, dass jeder von uns gleich viel zahlt pro Monat. Das heißt, wenn jeder jetzt 4.000 Euro im Monat einfach an Steuern, also in den gemeinsamen Topf schmeißt, dann zahlt zwar jeder viel, was aber nicht unbedingt fair ist. Weil irgendjemand, ich persönlich habe mich parallel zu meiner Schule selbstständig gemacht und natürlich hatte ich da nicht das hohe Einkommen, weil ich niemals 4.000 Euro bezahlen kann. Heute kann ich 4.000 Euro im Monat auch Steuern bezahlen. Das heißt, das muss irgendwie angepasst sein und irgendwie fair sein. Das heißt, wir überlegen uns ein System, wie wir unsere gemeinsamen Ausgaben tragen können und wir überlegen uns ein System, wie das möglichst gerecht ist. Und dann gehen wir hin und überlegen uns, welche technologischen Möglichkeiten haben wir denn gerade, um diese beiden Dinge zu erfüllen. Und zwar einmal halt das Geld einsammeln und zweitens tatsächlich, dass das fair dazu läuft. Und wenn wir das als Ausgangsbasis nehmen, dann fällt uns ein, es gibt eigentlich drei wesentliche Schritte. Und das kann man durchaus auch technologisch lösen. Und zwar, diese drei Schritte heißen, erstmal muss ich Daten zusammentragen. Das heißt, ich muss mehr wissen, wer bist du denn eigentlich? Welche Informationen, also was tust du und wer bist du und sowas? Das heißt, okay, du bist jetzt selbstständig, du bist Freiberufler, du bist Architekt, du designst irgendwelche Häuser, berechnest irgendwas und so weiter. Das heißt, das tust du und du bist jemand. Also, keine Ahnung, du bist erwachsen, beheiratet, Kinder und so weiter. Das heißt, dein persönlichen Merkmal und das, was du tust. Diese Daten müssen idealerweise irgendwo zusammenkommen. Dann müssen diese Daten irgendwie aufbereitet werden und gar nicht so krass bearbeitet werden, sondern eher, ich will mal sagen, in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Weil so ein Steuerformular, da steht ja auch immer nur, was ist Sache, also was muss eingetragen werden und dahinter eine Zahl. In Startup-Deutsch würde ich sagen, Dashboard, das ist eine Visualisierung von Daten. Nichts anderes ist das ja, nur dass es wahnsinnig kompliziert ist. Das heißt, diese Daten müssen irgendwie plus, minus geteilt gerechnet werden und dann so aufbereitet werden. Und dann müssen diese Daten übermittelt werden. Natürlich kann ich da auch einfach einen Briefumschlag jetzt stecken und beim Finanzamt in den Kasten werfen, ist auch eine Datenübermittlung. Aber mit der heutigen technologischen Entwicklung wäre das ein bisschen Quatsch, das so zu machen. Aber nichts anderes muss man machen, um seine Steuern zu machen und seine Buchhaltung. Daten sammeln, Daten bearbeiten, Daten übermitteln. Genau. Und das sind so die Schritte. Und das schauen wir uns jetzt im Detail mal an, wie ihr das für euch lösen könnt. Und deswegen habe ich auch diesen Riesenausflug erstmal inhaltlich gemacht. Wir müssen wirklich auf einer sehr hohen Abstraktionslevel kommen, um dann zu verstehen, was muss eigentlich getan werden, weil das ist wahnsinnig wichtig, um anschließend die richtigen Tools für euch zu finden. Ich stelle euch natürlich auch eine Lösung vor, die wahrscheinlich für viele von euch die richtige oder eine richtige Lösung sein könnte. Ich kenne aber eure individuellen Geschäftsmodelle nicht wirklich und dadurch kann ich dir euch natürlich jetzt auch nicht 100% alle Tools sagen, die ihr können und brauchen solltet können und so weiter. Wisst ihr Bescheid. Ich sehe aber auch, da sind Fragen noch. Einmal reverse 4.6. Die Lösung, das Steuersystem extrem vereinfachen, damit mehr Zeit für eine produktive Arbeit hat. Davon würde der Staat sogar profitieren, weil ich dann mehr Einnahmen erwirtschaften kann. Genau. Und das verstehe ich nicht. Also ein Monat Verwaltungsarbeit bedeutet ja auch ein Monat weniger Einnahmen. Blöd für euch, aber auch blöd für den Staat, weil auf diese Einnahmen würde ich ja auch Steuern bezahlen. Und dass diese ganze Komplexität ruht so ein bisschen aus dem Drang, einfach, ja okay, wir machen es uns auch einfach sehr, sehr kompliziert, aber vieles von der Komplexität ruht daher tatsächlich, dass man es fair macht. Und vielleicht kennt ihr immer so dieses Bild, das war irgendwo so ein Feldweg, dann wurde er abgesperrt und dann geht es rechts und links so Trampelfade dran vorbei. Und genau das symbolisiert das Steuerrecht. Diese Trampelfade sind halt so extrem überall verwinkelt und so ein Zeug, weil irgendjemand ständig versucht, da nochmal einen Weg zu finden und das nochmal so zu machen und so weiter. Und es ist einfach kein, es gibt auf der Gesetzgebung und vor der Regierung und so, es gibt da keinen Pragmatismus und sich darüber nachzudenken. Und man kann sich wirklich an den Kopf fassen. Ich will überlegen, ob man dazu tatsächlich auch mal einige Videos dreht, wie sinnlos einige Regeln sind, weil sie einfach mehr kosten, als sie dem Staat am Ende bringen. Aber sie kosten deswegen mehr, weil auf Staat Verwaltung anfällt, aber sie wird auf den Rücken von allen Selbstständigen in erster Linie ausgetragen. Ganz simples, einfaches Beispiel. Unterscheidung zwischen Freiberufler und Gewerbetreibender. Du kannst, als Gewerbetreibender musst du eine Gewerbesteuererklärung abgeben und musst Gewerbesteuer zahlen. Du kannst die aber auf der Einkommenssteuererklärung anrechnen. Das heißt, du zahlst unterm Strich nahezu fast nie mehr Steuern. Du hast aber eine komplett zusätzliche Steuerart, eine komplett zusätzliche Steuererklärung. Und entweder machst du es selbst und musst da einige Stunden Arbeit drauf verwenden oder du bezahlst einen Steuerberater dafür, diese Arbeit zu machen. Der Staat hat davon nichts, weil du diese Steuer ja eh anrechnen kannst auf die Einkommenssteuer. Warum nicht einfach vollständig ersatzlos diese Gewerbesteuer streichen? Oder Solidaritätszuschlag. Dann haben wir das gefeiert, dass der Solidaritätszuschlag wegfällt. Aber auch nicht für alle, sondern nur so für 90, 95 Prozent der Leute. Und das Gesetz bleibt natürlich. Und für so 5 Prozent der Leute bleibt ja auch noch nach wie vor dieser Solidaritätszuschlag. Das heißt, wir haben dieses Gesetz jetzt behalten, müssen da ständig trotzdem auch was berechnen. Das führt ja auch dazu, dass alle Tools, die Einkommenssteuer berechnen, natürlich das trotzdem noch berücksichtigen müssen und nicht vereinfacht werden können. Und das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Aber deswegen, Reverse, hast du hundertprozentig recht. Vereinfachen, aber selbst wenn es kompliziert ist, kann man ja intelligente Lösungen bauen, um das einfacher zu machen. Flo erfragt, sagt, ich habe eine Frage zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Tätigkeitsbeginn kann ich dir hier stellen. Kannst du, werde ich aber erst am Ende beantworten, weil ich einmal kurz noch darauf eingehen möchte. Und zwar, ich nenne sie mal so die Landkarte, die Text-Tech-Landkarte. Das heißt, welche Tools gibt es eigentlich? Weil diese drei Schritte, Daten sammeln, Daten bearbeiten und Daten übermitteln, man kann fast alle Steuertools irgendwie einsortieren in das ganze Ding. Und ich gehe einfach mal, ich kann mich mal entfernen. Das heißt, ihr seht quasi auch alle Tools, die es da so gibt. Natürlich gibt es da noch wahnsinnig viel mehr Tools, die ihr nutzen könnt. Einfach, um euch ein paar Beispiele zu geben. Natürlich habt ihr, ganz am Anfang geht es immer um, also wo sammelt ihr am besten die Daten ein? Auf Transaktionsebene. Das heißt, da, wo die eigentliche Transaktion entsteht. Und das kann zum Beispiel in Form von einer Karte sein, zum Beispiel einer Visa-Karte. Das kann aber auch in Form von dem Kartenterminal sein, also Sum-Up beispielsweise. Wenn du da ein Kartenterminal hast, dann hat dieses Kartenterminal ja schon die Informationen. Und da sollte eigentlich die Steuerberechnung schon anfangen. Das heißt, wenn ihr jetzt online arbeitet, dann habt ihr vielleicht auch Payment-Provider. Das heißt, ihr nutzt vielleicht Digistore24 oder Paypal oder Elo-Page oder Klana oder keine Ahnung. All diese Dinge. Und da fängt es ja eigentlich schon an, dass Informationen gesammelt werden, die auch für die Steuerberechnung relevant sind. Anybuild ist noch ein Beispiel für Kassenbelege. Und dann geht das Ganze eigentlich auch so weiter. Das heißt, ihr habt so bis dahin geht es dann darum, irgendwann die Daten zu bearbeiten. In Self-Test, Black's Office und so weiter. Zwei Sachen, die auch noch interessant sind, sitze ich ein bisschen davor. Ach, ich kann mich auch ausblenden. Ich kann mich einfach mal ausblenden. Unten links seht ihr zum Beispiel Wimka. Elektronisches Fahrtenbuch. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Oder unten einfach Reisekosten. Das heißt, wenn du Informationen hast, wie du deinen Firmenwagen benutzt, weil das halt mit Wimka elektronisches Fahrtenbuch erfasst wird, dann weiß das Fahrtenbuch ja quasi schon, wann ihr wo unterwegs seid. Und dann könnte so eine Reisekostenabrechnung euch zum Beispiel sagen, ey, Leute, ihr könnt die Verpflichtungsmehraufwand absetzen und so weiter. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe an Tools und Informationen, die ihr nutzen könnt. Ich kann euch jetzt an dieser Stelle natürlich nicht alles aufzählen, was eventuell für euch interessant ist. Deswegen ist meine Idee und mein Vorschlag, und da müsst ihr mir vielleicht mal in den Chat schreiben oder auch, wenn ihr die Aufzeichnung später guckt, einfach in die Kommentare schreiben, wäre das für euch interessant. Ich arbeite gerade parallel an, ich würde mal sagen, so einer Landkarte. Das ist eher eine sehr, sehr, sehr große Excel-Liste, wo alle möglichen Steuertools drin sind für alle möglichen Probleme. Also wirklich von Fahrtenbuch, Payment Provider, Reisekostenabrechnung, Belegmanagement-Tools, Buchhaltungssoftware, Einkommenssteuererklärungstools und so weiter. Immer ein bisschen, also quasi von uns einmal geprüft und einmal gecheckt und einmal mit einer Empfehlung und auch dazu geschrieben, kann man das eigentlich nutzen so als Selbstständiger? Oder ist es empfehlenswert? Weil es gibt einige Buchhaltungsprogramme, die sind halt nicht so richtig konform, was die Gesetze betrifft. Und ihr könnt durchaus Probleme kriegen, wenn ihr das benutzt. Auf der anderen Seite gibt es dann einige Tools, die zum Beispiel Einkommenssteuererklärung machen. Du kannst aber als Angestellter diese Tools nicht benutzen. Und ich habe eigentlich jetzt für mich erstmal zur Vorbereitung, um einen Überblick zu bekommen, diese Tools mal aufgelistet. Aber ich teile diese Liste sehr, sehr, oder ich stelle diese Liste gerne fertig und teile die gerne auch mal, wenn das von Interesse ist. Und dann könnt ihr tatsächlich einfach für euch eure Tools raus benutzen. Das heißt, wenn das interessant ist, dann schreibt das vielleicht mal in den Chat oder später, wenn ihr die Aufzeichnung seht, einfach in die Kommentare. Deswegen, wir haben jetzt eine ganze Reihe an Lösungen für die drei großen Schritte. Und ich möchte einfach nochmal auf die Schritte eingehen. Und ich will mal sagen, die Bedeutung der unterschiedlichen Aufgaben eingehen. Weil ganz, 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 ganz viele Tools sind angesiedelt beim Thema Daten bearbeiten. Da gibt es ganz viele Tools. Also wenn wir uns das mal angucken, so alles, was man so kennt, dann Safedesk und LexOffice und auch Dativ, einfach Reisekosten.de, Taxmaro. Das alles, alles schöne Tools. Aber das ist nicht der Hauptteil der Arbeit. Und ich kann euch aus meiner eigenen Selbstständigkeit sagen, aber auch wirklich mit der Zusammenarbeit mit hunderten, tausenden Mandanten. Der große Riesen-Pain ist, das Daten einsammeln, die Informationen zusammenzubekommen in einem Tool oder an einem Ort. Deswegen auch vorhin die Frage von Sergej von dir, die PKV über das Kontiskonto laufen lassen. Ja, versuch so viele Daten wie nur möglich in ein Tool von vornherein reinzubekommen, weil das Daten einsammeln, also Belege suchen, die Kontoauszüge zusammenmatchen, die Fahrtenbuchdaten, die Kassenbong-Daten und so ein Zeug. Das zusammenzubekommen, das ist doch eine riesengroße Pain. Jeder von euch wird das wissen, wenn er auf einer Einkommenssteuererklärung sitzt und sich denkt so, uff, jetzt muss ich die Krankenkasse eintragen. Ja, da habe ich vor anderthalb Jahren mal einen Brief von der Krankenkasse bekommen. Keine Ahnung, wo der ist. Und dann fangt ihr an zu suchen irgendwie, digital und vor Ort und all so ein Zeug. Das ist ja der große Pain. Und selbst wenn ihr einen Steuerberater habt, hilft er ja nicht dabei. Der schickt euch einfach eine Liste und sagt, hier, das sind die Unterlagen, die ich bitte brauche von euch. Und dann fängt er ja an mit der Arbeit, nachdem ihr alles schon aufbereitet habt. Das heißt, dieses Management der Unterlagen, das Daten einsammeln, das ist ein riesen Zeitaufwand. Und das ist je nach dem Geschäftsmodell, das liegt bei 60, 70 Prozent ungefähr für so einen Selbstständigen. Das eigentliche Daten bearbeiten und das dann in Reihenfolge zu bringen und so weiter, das sind 25 bis 35 Prozent der Arbeit. Und das eigentliche Daten übermitteln dann, also in die Finanzverwaltung, das Schicken und so weiter, das ist vielleicht noch 5 bis 10 Prozent der Arbeit. Das kann deutlich komplexer sein. Zum Beispiel im E-Commerce-Bereich ist es einfach deutlich komplexer noch, das Daten übermitteln, weil du unter Umständen in jedem einzelnen Land, in das du verkauft hast, registrieren musst und so weiter. Das heißt, das ist ein bisschen mehr Arbeit. Aber überall in jedem Geschäftsmodell ist das Daten einsammeln, an einen Ort für einen in ein Format zu bekommen, das ist mit Abstand die größte Arbeit. Und automatisierbar und Lösungen gibt es für alles. Es gibt aber echt wenige Tools, die sich auf das Thema Daten einsammeln konzentrieren und das Daten an einem Ort zu bekommen. Reverse sagt, ja, Liste ist super, das ist sicher für viele interessant, haben selbst viele Tools recherchiert und Marketing-Tipp, nutze die Liste als Lead Magnet. Und ja, schaue ich mal. Ja, klar, hundertprozentig. Ihr jetzt, für die, die das jetzt sehen, kommt einfach mal Anfang nächster Woche, ruft mal die Aufzeichnung. Der Link bleibt ja gleich, ihr speichert euch mal den Link ab. Abonniert vielleicht einfach den Kanal, dann kriegt ihr auch in Zukunft alle Videos. Und dann guckt ihr einfach in der Videobeschreibung, ich verlinke das dann direkt ganz oben. Und für die Zukunft, also die ganz große Nachwelt, die dürfen sich dann irgendwo mit der E-Mail-Adresse eintragen, werde ich bei euch jetzt nicht, werde ich jetzt nicht machen. Also, ihr werdet das so einfach finden und ich werde zusehen, dass ihr das mitbekommt, wenn ihr auch diesen Kanal abonniert. Ansonsten speichert euch halt die Aufzeichnung und guckt da in der Woche nochmal nach, dann ist die Liste quasi fertig. Ich höre jetzt schon einige Leute sagen, oh Gott, muss ich ja gar nicht machen, ich habe einen Steuerberater. Den ersten Grund, warum das kein Argument ist, wenn ihr einen Steuerberater habt, oder auch tatsächlich, wenn ihr bei uns Mandant seid, dann ist das auch nicht wirklich eine Ausrede, sich daran nicht zu halten. Und den ersten Grund habe ich euch gesagt, das Dateneinsammeln liegt ja trotz allem noch sehr häufig bei euch. Also, die Belege zusammensammeln liegt ja trotzdem bei euch. Und das ist auch ein bisschen das, was mich immer genervt hat. Ich habe einige Jahre in der Steuerberatung gearbeitet, in der ETL-Kanzlei und der KPMG, auch eine Weile. Das ist ein entspanntes Leben, weil ich ja erst dann mit meiner Arbeit anfange, wenn schon die Ordnung herrscht. Also, ich spare mir die ersten 60 bis 70 Prozent der Arbeit, das liegt halt immer bei Mandanten. Deswegen ist das nicht wirklich eine Ausrede. Und es kommt noch ein anderer Aspekt dazu, warum Steuerberater, ja, warum ein Steuerberater eventuell etwas anderes ist, als ihr denkt, was er ist. Und zwar habe ich das Ganze genannt, die Bedürfnispyramide des Steuerrechts. Und die erste Frage ist immer, habe ich vorhin schon mal gesagt, die erste Frage, was das Grundbedürfnis des Steuerrechts, also Steuerrecht heißt Steuerberater, Finanzamt und alle. Was wollen die eigentlich als erstes wissen? Wer bist denn du? Wer bist denn du heißt, was sind deine Steuernummern? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Hast du irgendwelche Krankheiten? Also, wer bist du eigentlich? Alle Informationen über dich. Ehrlicherweise, da kann ein Steuerberater nichts dran ändern. Das Einzige, was ein Steuerberater machen kann, diese Informationen irgendwo in ein System eintragen. Der kann da nichts machen. Der kann das nicht effizienter oder uneffizienter oder sonst was machen. Der kann, es ist eine reine, wiederkehrende, repetitive Arbeit, die da gemacht werden muss, diese Informationen irgendwo abzuspeichern. Und das kann so digital wie möglich passieren. Nächster Punkt ist, was machst denn du? Das habe ich vorhin erwähnt mit, hier, ich bin Architekt, ich zeichne irgendwas, ich kalkuliere irgendwas, ich begleite irgendeinen Bau. Das heißt, was machst du eigentlich auf Tages-, Wochen-, Monatsbasis? Womit verdienst du dein Geld? Hast du vielleicht noch eine Immobilie? Bist du angestellt? Und so weiter. Das heißt, was machst du? Das ist relevant, einmal im Jahr, einmal im Quartal, einmal im Monat. Je nachdem. Aber wer bist du, ändert sich nahezu, also ganz, ganz selten. Natürlich, manchmal heiratet man, manchmal kriegt man Kinder und so weiter. Aber das sind so die Stammdaten. Was machst du? Ist die laufende Buchhaltung, Gehaltsabrechnung und so weiter. Auch da kann ein Steuerberater nicht wirklich viel machen. Klar, da gibt es ein paar Grundregeln, die man vielleicht drauf haben sollte als Selbstständiger. Allerdings kann man da wirklich wenig groß dran schrauben. Also da kann euch ein Steuerberater nicht mehr rausholen. Es gibt ein paar grundsätzliche Daraufaufbauen von Wer bist du, was machst du? Das kann auch ein Steuerberater nicht verändern. Es gibt aber darauf Aufbauen, wenn man das als gegeben nimmt, ein paar Gestaltungsmöglichkeiten. Nehme ich die Rechtsform, nehme ich die Rechtsform, melde ich mich so an, melde ich mich so an. So ein bisschen Spielereien mit Zahlungszeitpunkten, Rückstellungen und solche Sachen. Also so ein bisschen gestaltend. Auch da ist kein riesengroßer Spielraum. Gerade nicht für Selbstständige. Seid ihr jetzt ein Weltkonzern wie Apple, Google und so weiter, dann habt ihr da deutlich mehr Gestaltungsspielraum als normale Selbstständiger in Deutschland. Ehrlich übersichtlich. Selbst wenn ihr im Ausland seid, dann ist das auch ein bisschen übersichtlich. Ich habe dazu auch schon mal ein vertiefendes Webinar. Manchmal bekommt man Kinder. Ey, ich spreche aus Erfahrung. Meine Tochter wird nächste Woche acht Monate. Aber es passiert halt nicht so oft im Leben. Also ich kenne nur wenige Leute, bei denen das jährlich passiert. Deswegen. Ja, manchmal kriegt man Kinder. Das hat natürlich steuerlich was zu tun und ändert auch was in deiner Steuererklärung. Definitiv. Steff sagt, ja, ich auch. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Ich spreche über die Gestaltung. Also da kann tatsächlich ein Steuerberater was tun. Das reine Übermitteln dieser Information, das heißt, was denn da eingetragen wurde, ehrlich, das ist wieder genau das Gleiche, repetitiv. Da kann euch ein Steuerberater nicht wirklich weiterhelfen. Das führt dann dazu, dass ein Steuerberater nur auf einer Ebene von vieren ernsthaft was tun kann. Sonst kann Technologie eins zu eins genau das Ganze einfach ersetzen. Und zwar ein smartes Tool-Setup. Und ich rede ja viel mit Steuerberatern. Also ich komme aus der Branche, ich rede natürlich auch viel mit Steuerberatern und die unterschreiben das alles mit. Es bringt für euch nichts und auch für den Steuerberatern nicht, dass ihr hier die, oh, ich gehe jetzt mal in die falsche Richtung, diesen Schritt und diesen Schritt und den Schritt ganz oben, dass ihr den manuell macht oder aber, dass ihr das in den Steuerberater gebt, der das dann manuell macht und ihr bezahlt ihn dafür. Weil am Ende, nur weil eurer Steuerberater uneffizient arbeitet, ihr müsst ihn ja trotzdem dafür bezahlen. Das heißt, ihr solltet in jedem Fall ein Interesse daran haben, dass das Ganze möglichst effizient gestaltet wird. So viel dazu zum Steuerberater. Auch Steuerberater haben ein Interesse daran, möglichst effizient zu arbeiten. Und es gibt zwei wichtige Dinge, auf die ihr achten müsst, wenn ihr euch über euer Toolsetup Gedanken macht. Erster Punkt ist, und das haben ganz, ganz viele nicht, überlegt euch bitte, wie ihr ein Tool findet, mit dem ihr die Daten einsammelt. Und ja, es fängt auch an tatsächlich mit der Karte. Überlegt euch, welches Konto ihr benutzt, überlegt euch, wie die Rechnungen gehen und so weiter. Und bitte, also klar könnt ihr das manuell machen. Natürlich könnt ihr jetzt Ordner hin und her schieben. Das heißt ja noch nicht mal papierlastig muss das sein. Selbst wenn ihr jetzt E-Mails bekommt und da sind PDFs im Anhang, bitte fangt nicht an, die manuell zusammenzusammeln. Das ist ein unglaublich hoher, hoher Zeitaufwand. Überlegt euch, wie ihr da, wo die Daten entstehen, also eine Kartentransaktion, eine Zeiterfassung, ein Angebotstool, ein Rechnungstool, wie das automatisch irgendwie schon an einen Ort kommt. Und ihr braucht diesen einen Ort, wo alle Daten, steuerlichen Daten zusammenfließen. Und anderer Punkt, und das ist so der Praxispunkt, ihr müsst darauf achten, dass die Tools miteinander arbeiten. Das ist eine Katastrophe. Jeder, der irgendwie schon mal damit gearbeitet hat, weiß, die arbeiten einfach nie vernünftig miteinander. Das heißt, ihr macht, keine Ahnung, eure Zeiterfassung kann man nicht übertragen in euer Rechnungstool. Wenn ihr denn, und ich weiß es nicht genau, ihr habt ein Fahrtenbuch-Tool und habt ein Reisekosten-Tool und die Daten werden einfach nicht übertragen. Oder noch, selbst wenn ihr einen Dienstleister habt, weißt du, ihr schreibt eure Rechnung selbst, gebt die dann an den Buchhalter und ein Buchhalter bucht jetzt die Unterlagen, also die Rechnung und macht die laufende Buchhaltung. Anschließend habt ihr einen Steuerberater für die jährliche Arbeit. Der Steuerberater glaubt aber nicht dem, was der Buchhalter da macht, kontrolliert alles nochmal, bucht das nochmal und ihr bezahlt es am Ende doppelt. Oder ihr macht die Buchhaltung selber, aber der Steuerberater kommt nicht mit eurem Buchhaltungsprogramm klar und macht trotzdem alles noch einmal und ihr bezahlt ja auch nochmal für das, was ihr eigentlich vorher schon gemacht habt. Das wird, glaube ich, jeder kennen. Deswegen, zweitens, setzt bei eurem Toolsetup schon beim Datensammeln ein und zweitens, sorgt bitte dafür, dass diese Tools miteinander sprechen, dass da eine Basis kommt. Das ist extrem wichtig. Da könnt ihr wirklich Wochen an Lebenszeit sparen, wenn ihr auf die beiden Punkte achtet. und jetzt höre ich, sehe ich, also ich lese es noch nicht, aber ich kann es mir fast vorstellen, gibt es einige von euch, die denken, kommt zum Punkt, sag mir doch endlich, welche Tools soll ich denn benutzen? Und das möchte ich euch natürlich auch beantworten. Steff schreibt oder fragt, was ganz wichtig ist, zwei Gewerbe in einem Tool, Fragezeichen. Das heißt, du hast zwei Gewerbe und fragst jetzt, ob du ein Tool haben solltest. Du bist quasi für jedes Gewerbe eine eigene Person. Das ist ein bisschen frustrierend. Du bist immer noch du, also du hast gerade gesagt, und auch Kind. Das heißt, du bist immer noch du. Das heißt, die Stammdaten sind eigentlich immer noch die gleichen. Das heißt, wer du bist, ist das Gleiche. Was du machst, ist aber unterschiedlich. Und auch die Gestaltung ist zum Teil unterschiedlich. Und auch die Übermittlung, die ist wieder gleich, aber das ist leider super ärgerlich, wenn du zwei Gewerbe hast. PV-Anlage und Mining, ich kann jetzt, also dafür müsste ich mit dir persönlich sprechen. In vielen, vielen Fällen rate ich dazu, versuch so viel wie möglich in ein Gewerbe zu packen. Und ehrlicherweise, wenn du Mining machst und PV-Anlagen, also Energie erstellst und aus der Energie denn etwas produzierst, wäre mein Rat, zumindest ernsthaft darüber nachzudenken, ob man das Ganze nicht in ein Gewerbe zusammenführt, weil dann hast du nur noch ein Ding. Bitte macht nicht für jeden Hinz und Kunz, den ihr da macht, ein zweites Gewerbe und ein drittes Gewerbe auf, weil dadurch sprengt ihr extrem eure Komplexität. Und in deinem Fall, wie gesagt, müsste man sich mal unterhalten, wenn du unser Mandant bist, dann schreib uns einfach mal über die Contest-App, dann quatschen wir mal darüber. Meine dringende Empfehlung wäre da schon, dass man sich mal darüber Gedanken macht, ob man das nicht einfach zusammen, in einem Gewerbe zusammenführt. PV ist aus 2017 an einem anderen Standort, äh, 2007. Wie gesagt, wir müssen dann, das müsste man mal gucken und dein Gewerbe kann eventuell auch mehrere Standorte haben und so weiter, ähm, aber, das reduziert halt deine Arbeit. Also, wenn man eine Möglichkeit gäbe, das zusammenzuführen, dann halbiert sich deine Arbeit und auch deine, halbiert sich deine Kosten. Und wenn du unser Mandant bist, ähm, dann, äh, zahlst du auch uns ja deutlich weniger, aber es ist halt einfacher für dich und es ist ehrlicherweise auch einfacher für uns. Es ist weniger Umsatz für uns, aber ich, ich, ich stehe auf Einfachheit und nicht auf, auf dummen, das soll nicht, nicht blöd klingen, aber dummen Umsatz. Also da, wo wir Geld abrechnen für etwas, was nicht notwendig ist. So, wir haben, äh, darüber nachgedacht, wie, okay, wir sprechen miteinander, danke, sehr, sehr gern. Äh, liebe Grüße ans Kind. Wir haben über die ganzen Tools gesprochen. Es gibt eine ganze Reihe an Tools. Ähm, die einen oder anderen denken jetzt, oh Gott, muss ich das Ganze jetzt lernen? Ich will ja kein Buchhalter werden. Muss ich bei den ganzen Tools jetzt Buchhaltroniker werden? Und, äh, jedes Mal, wenn ich Buchhaltroniker sage, fangen die Leute an zu lachen, sagen, ha ha ha, ihr könnt gerne mal googlen, Buchhaltroniker gibt's tatsächlich, könnt ihr eine Ausbildung, könnt ihr eine Qualifizierung machen, für Steuer, als Steuerfachangestellter, könnt ihr ernsthaft, ungelogen, Buchhaltroniker zu werden. Äh, könnt ihr werden, traurig, muss nicht sein, sollte nicht so sein, dass ihr jetzt ein Experte für Steuertools werden müsst. Denn, und da kommt die Weiterleitung von Buchhaltroniker, Mechatroniker, äh, Deine Buchhaltung muss wie ein Auto sein. Du musst nicht wissen, wie eine Gangschaltung funktioniert. Du musst nicht wissen, wie ein Dieselmotor funktioniert, wie ein Elektromotor funktioniert. Du musst, gar nichts musst du wissen. Und ich habe eben vorhin schon, und das ist ein relativ spontanes Beispiel, äh, wie gesagt, meine Tochter ist acht Monate. Ich saß letztens im Auto und dachte mir, wie witzig, meine Tochter wird wahrscheinlich irgendwann mal sagen, Papa, stimmt es eigentlich, dass du früher Auto gefahren bist mit einer Gangschaltung? Ganz ehrlich, in 20 Jahren wird ja keiner mehr Gangschaltung machen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand noch ein Lenkrad in der Hand haben muss, aber, dass wir, dass wir ein manuelles Getriebe haben, das können wir ja nahezu ausschließen. Und nur, weil ihr, also ihr müsst, nur weil ihr Auto fahrt, müsst ihr nicht wissen, wie das zusammengebaut wird. Nur, wenn es Elektro gibt, hier Automatikgetriebe, dann müsst ihr nicht wissen, wie ihr schalten müsst. Das heißt, je intelligenter und smarter ein Tool ist, autonomes Fahren, desto, das soll gar nicht böse klingen, desto dümmer darf der Bediener sein. Das heißt, äh, äh, ihr müsst, ihr müsst das ja nur fahren können. Und wenn es von alleine fährt, ja bitte, Attacke, denn fahr bitte alleine, dann nervt mich nicht mit den ganzen nervigen Dingen. Und so muss das eigentlich sein. Und das ist das, wie wir denken. Deswegen vielen Dank, Reverse, ich liebe deine Denkweise. Das ist genau das, was ich gehofft habe. So sieht nämlich unser Auto aus. Ähm, und zwar haben wir ein, groß, große Datenbasis. Und die Datenbasis setzt sich zusammen aus, ein Bankkonto, äh, ein mobiles Bankkonto, natürlich gibt es auch eine Browser-Version, äh, die Kartentransaktionen, Visa, Contest, Visa-Karte, ähm, sind die ganzen laufenden Buchhaltungsdaten und alle Daten, ähm, die was mit der Steuerberatung zu tun hat. Und um den Bogen zu schlagen von vorhin, das ist genau der Grund, Sergej, warum ich sage, zahl bitte alles, was steuerlich relevant ist, über das Contest-Konto. Markiere das gerne als privat, erst mal, weil es halt in der Buchhaltung nichts zu suchen hat, aber halt für die Steuerberatung wahnsinnig wichtig ist. Ich würde sogar weitergehen und sagen, zahle auch die Kindergartenbeiträge, die haushaltsnahen Dienstleistungen, die Handwerkerrechnungen, deine Spenden und die Zahnarztrechnung alle über das Contest-Konto. Ja, du musst sie privat markieren, weil nicht für die Buchhaltung relevant, aber für die Steuerberatung. Wichtig ist, dass du alle Daten aber an einem Ort hast. Und das ist Contest. Das ist die Contest-App. Und wir, also jetzt Contest-Steuerberatung, ich spreche jetzt erstmal nur als Steuerberatung, wichtig an dieser Stelle auch, das sind zwei Gesellschaften, zwei Firmen, aber die Contest-Steuerberatung ist, greift natürlich auf diese Daten zu, die da stehen. Und deswegen auch jeder unserer Mandanten, wir haben natürlich Zugriff auf alle Informationen, die da in dieser App generiert werden und die da eingesammelt werden. Und wenn jemand von euch im Restaurant XY in Berlin Restaurante Pizza ganz lecker sitzt mit dieser Karte bezahlt, dann sehen wir das in Echtzeit, weil es gibt eine Datenbank, da werden keine Daten mehr von rechts nach links irgendwo hin und her geschoben, sondern wir haben in Echtzeit einen großen Pool, und dadurch arbeiten wir einfach sehr, sehr, sehr effizient. Sagen die ein oder anderen vielleicht, okay, hier, erstmal wollte ich zeigen, so sieht es aus, ist spiegelverkehrt, deswegen zeige ich mir erst in die falsche Richtung. So sieht das Ganze erstmal aus. Das heißt, du hast eine Transaktion, du kannst direkt da draufklicken, der zieht sich in vielen Fällen tatsächlich sogar schon die richtigen Belege aus deinem E-Mail-Fach oder hat die eventuell schon vorher bekommen. Dann sind diese Informationen, Transaktionen und Beleg in der gleichen Sekunde, wo ihr im Restaurant sitzt, schon bei der Steuerberatung und die kann damit schon anfangen. Die arbeitet dann auch sehr, sehr, sehr effizient, weil wir einfach einen viel, viel größeren Datenpool haben, weil wir es in Echtzeit haben und weil wir quasi als Banking-App natürlich auch wahnsinnig viel mehr Informationen haben als irgendjemand anderes und können das direkt in der App buchen. Und ihr habt quasi in der App die Möglichkeit, uns in Echtzeit einfach über die Schulter zu blicken und sagen, ey, dazu habe ich noch eine Frage. Oder ihr sitzt in einer Bahn und da ist plötzlich Reisekosten abgerechnet und du sagst, ach nee, ich besuche ja meine Oma. Ihr habt sofort die Möglichkeit, einfach reinzugehen und zu sagen, klickt bitte, das war privat. Wenn ihr das wisst noch, wie das früher mal war, so mit Pendelordner und ich schicke jetzt mein Papier an den Steuerberater, der guckt sich das dann drei Monate später an und in vier Monaten sagt er mir dann, der Bewirtungsbeleg von vor fünf Monaten war falsch. Ja, come on, das ist ein bisschen zu spät. Das weiß ich, das interessiert mich auch heute nicht mehr, was ich vor fünf Monaten gegessen habe. Und mein Steuerberater arbeitet aber damit heute noch. Das ist der Gedanke, von dem, was wir bauen. Was bedeutet das konkret für euch? Es gibt zwei Setups, die ich euch präsentieren möchte. Startet mit dem Datensammeln und das ist die Do-It-Yourself-Variante. Das heißt, wenn ihr das Ganze selber machen wollt, dann solltet ihr als erstes die Contest-App haben. Und in der Contest-App ist schon vereint die Visa-Karte von Contest. Das heißt, die solltet ihr auch für alle eure geschäftlichen Transaktionen benutzen, weil wenn ihr die benutzt, dann hat das Contest-System schon sehr, sehr, sehr viel mehr Informationen, als wenn ihr irgendeine andere Kreditkarte oder irgendeine andere Karte benutzt. Deswegen Contest-Visa-Karte. Das Geschäftskonto als kontoführende Institut liegt bei der Solaris-Bank und Visa Solaris-Bank Contest-App ist quasi in einer App da. Also das sieht dann genau so auch aus. Das habt ihr. Wenn ihr jetzt die Buchhaltung selber machen wollt, dann gibt es auch eine ganze Reihe an Tools. Safedesk und Debitor und Buchhaltungs-Butler und Fassbill und alles Mögliche. Ich kann euch empfehlen und ich kriege dafür nichts LexOffice. LexOffice ist das beste Tool dafür und es gibt eine sehr, sehr, sehr enge Integration zwischen Contest und LexOffice. Ihr könnt zum Beispiel, also nur um euch ein Beispiel zu geben, ihr schreibt eine Rechnung mit LexOffice und bekommt die dann auf euer Contest-Konto überwiesen bezahlt von eurem Kunden. Normalerweise müsstet ihr jetzt hingehen und natürlich habt ihr erstmal die Rechnung geschrieben, müsstet ihr dann hingehen und das irgendwie abgleichen und dann als bezahlt markieren. Das passiert zu 100% automatisch. Es ist sogar so, in der App wird das automatisch kategorisiert, also in der Contest-App wird gleich die Steuer zur Seite gelegt. Das heißt, ihr seht, was ihr eigentlich euer Geld auf dem Contest-Konto ist. Es wird in der Contest-App mit dem richtigen Umsatzsteuer, also der richtige Prozentsatz wird zur Seite gelegt und in LexOffice ist tatsächlich auch das Ganze als bezahlt markiert. Das heißt, es ist nicht mehr als offene Forderung. Ihr müsst da keinen Klick machen. Damit habt ihr gelaufende Buchhaltung. Einmal im Jahr müsst ihr natürlich Steuererklärungen machen und da gibt es wahnsinnig viele tolle Tools, die ich euch auch hier auf dieser einen Slide da einige aufgelistet habe. Was gibt es denn da? Smartsteuer und Taxfix und Steuerbot und dann gibt es noch Wundertax und Wieso Steuer und Steuersparerklärung und keine Ahnung wie Sand am Meer. Es gibt so viele Buchhaltungseinkommensteuererklärungstools, die ich gar nicht alle mitzählen. Das Tool, was ich euch wirklich empfehlen kann, für euch als Selbstständige, ist Smartsteuer. Smartsteuer ist nahezu das einzige Tool, mit dem ihr die Umsatzsteuererklärung, die Einkommensteuererklärung und die Gewerbesteuererklärung in einer App macht. Und on top, LexOffice und Smartsteuer gehören beide zur Haufe-Gruppe, die übrigens auch zum Teil bei Contest drin steckt. Aber ihr könnt in Smartsteuer mit zwei, drei Klicks eure Buchhaltungsdaten aus LexOffice in Smartsteuer übertragen. Das heißt, ihr habt alle Buchhaltungsdaten, die sich ja schon generiert haben, aus der Contest-App mit Karte und Konto und so weiter. Denn bei LexOffice drin ist automatisch auch teilweise mit Belegen rüber synchronisiert. Könnt ihr dann mit wenigen Klicks in Smartsteuer übertragen und da dann tatsächlich eure Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und Einkommensteuer machen. Und das ist so barrierefrei wie nur irgendwie möglich. Da startet ihr ganz, ganz, ganz vorne im Prozess und habt am Ende bis zur Übermittlung alles digital selber abgebildet. Das ist meine persönliche Empfehlung für euer Tool-Setup, wie ihr das machen könnt. Und dann habt ihr wirklich von der Datenerhebung und vor allen Dingen die Kompatibilität ist 100% gewährleistet. Wenn ihr jetzt sagt, das ist aber ein bisschen doof. Achso, eine Frage, die dazu auch immer noch kommt, ist, wie teuer ist denn das Ganze? Contest Premium mit Visa-Card, Solaris-Bankkonto und all so ein Zeugs kostet 9 Euro im Monat. Das sind dann 108 Euro im Jahr. LexOffice kostet 30 Euro im Monat. Also das Paket, was ihr da braucht, das sind 360 Euro im Jahr. Dann sind wir bei 470, Smart-Steuer kostet 30, 40 Euro im Jahr. Das heißt, ihr seid bei 400 Euro im Jahr für eure Buchhaltung komplett, was ihr da braucht. Wenn ihr jetzt denkt, ach ja, schön, wenn es zeitsparend ist, aber ich muss es ja dann immer noch machen. Darauf habe ich nun gar keinen Bock. Dann verstehe ich das 100%. Ich bin auch nicht der Mensch. Selbst wenn das smart ist, habe ich trotzdem keine Lust auf Buchhaltung. Nur weil du mir Schmerzen möglichst angenehm machst, sind es trotzdem noch Schmerzen. Und für mich sind Buchhaltung definitiv Schmerzen. Deswegen will ich eigentlich eine Lösung haben, wo ich nahezu gar nichts mehr mache. Und das ist unsere wirklich ernsthaft, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, doch, also es ist wahrscheinlich die einfachste Buchhaltung der Welt. Und die besteht am Anfang genau aus dem Gleichen. Wir starten nach wie vor mit Transaktionen auf das Solaris-Bankkonto oder aber der Visa-Karte. Dann haben wir alles zusammen in einer Contest-App. Und du kannst die Contest-Steuerberatungsgesellschaft beauftragen in der Contest-App. Dann hast du quasi alles in einer App. Also wirklich alles, alles. Das heißt, die laufende Buchhaltung werden von qualifizierten Buchhaltern erledigt, direkt in der Contest-App. Du kannst in Echtzeit sehen, was die Buchhalter machen. Das ist kurz auf der einen Slide zu sehen. Ihr seht quasi in der App dann immer auch die Benachrichtigungen hier geprüft, verifiziert von der Contest-Steuerberatung. Seht ihr quasi in Echtzeit. Wenn ihr dazu eine Frage habt, könnt ihr in der App direkt eine Frage stellen. Und zwar wirklich Echtzeit. Wir reden hier nicht über Monate später werden Daten hin und her geschoben, sondern in Echtzeit. Und ihr müsst auch nichts exportieren, importieren und so weiter. Alles ist in dieser einen App vereint. Und natürlich kriegt ihr da auch eure Steuererklärungen drüber. Und wenn ihr mal eine Frage habt und eine Beratung braucht, ja, dann ruft ihr an oder schreibt kurz eine Chat-Nachricht in der App und dann kriegt ihr eure Steuerfrage beantwortet. Alles in einem. Und damit starten wir auch ganz, ganz am Anfang. Visa, Solaris Bank. Alles in der einen Contest-App. Und ganz ehrlich, am Ende ist eure gesamte Tätigkeit, die ihr dafür tun müsst, in diesem Zusammenhang ernsthaft, eine saubere Kontoführung. Das ist das Einzige, was ihr machen müsst. Ihr müsst das Contest-Konto ganz klar zwischen privat und geschäftlich trennen. Ihr müsst Contest für alles Betriebliche nutzen. Ihr müsst konsequent hier die Contest-Karte benutzen. Und mehr müsst ihr nicht tun. Weil wir haben auch Systeme eingebaut, wie wir automatisch an die Belege kommen. Und das möchte ich euch gerne auch zeigen. Ich beantworte dazu natürlich auch gerne alle Fragen. Aber ich möchte da auch noch gerne noch ein bisschen mehr auf die Tiefe gehen. Sergej fragt, wie schaut es aus bei der Finanzierung eines Dienstwagens? Autokredit aufs Contest-Konto auszahlen lassen, sowie Kredittilgung auch über Contest. Ja, alles, was irgendwie relevant ist fürs Banking, für die Buchhaltung oder für die Steuern, alles über das Contest-Universum, um es mal so zu sagen. Weil dann haben wir ja diesen einen Pool. Genau. Und ich zeige euch, ich weiß nicht, ob du unser Marant bist. Du kannst uns auch gerne fragen, wie du das kategorisieren möchtest. Es hängt ein bisschen davon ab, welche Verträge du da jetzt unterschreibst und so weiter. Aber das, also wenn es ein Firmenwagen ist, also hast du ja geschrieben, Dienstwagen, dann definitiv Contest-Konto. Ich möchte euch noch ein bisschen tieferen Einblick geben. So, Reverse schreibt noch ein. Und dann gehe ich aber auf die Mehrinformationen und beantworte ich euch natürlich auch gerne die Fragen. Reverse schreibt, schade, dass man scheinbar ins Mittelalter katapultiert. Ich habe heute Sprachfehler, sorry. Schade, dass man scheinbar ins Mittelalter katapultiert wird, wenn man keine IUR mehr erstellen darf. Ja, damit kommen wir leider gleich schon zu den Haken an der ganzen Geschichte. Warum geht das? Warum machen wir das? Weil wir sehr, sehr, sehr fokussiert sind auf eine kleine Zielgruppe. Deswegen geht das. Wir können dieses ganze Universum haben, wo wir Banking, Buchhaltung, Steuern in einem machen, weil wir uns auf die Kunden, die selbstständig konzentrieren, bei denen quasi der Kontoauszug die Wahrheit spricht, wo alles steuerlich relevant ist, sobald eine Transaktion besteht. Das ist der Kerngedanke, zu sagen, wir gehen immer von der Transaktion aus. Das bedeutet aber Zufluss-Abfluss-Prinzip, sprich Einnahmenüberschussrechnung und Istversteuerung. Das ist wichtig. Wir können bearbeiten, betreuen keine Kunden, die bilanzieren und auch keine, die Sollversteuerung bei der Umsatzsteuer gewählt haben. Stefan hat noch eine Frage. Wie sieht es mit Konten aus, die es in LexOffice nicht gibt? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Vielleicht schreibst du das einfach nochmal dazu. Es kann sein, dass es einige Konten gibt, die man bei LexOffice nicht einbinden kann. Ich kann dir ehrlicherweise keinen LexOffice-Produkt-Support geben, weil ich mit LexOffice auch nichts weiter am Hut habe, außer dass ich großer Fan bin. Aber genau das ist auch, was ich vorhin gesagt habe. Du musst unbedingt darauf achten, dass deine Tools miteinander funktionieren, weil sonst hast du eine riesen nervige Arbeit, weil du plötzlich Daten hin und her manuell ertragen musst. Und das kann ich nur dringend von abraten. Aber vielleicht schreibst du rein, welches, was du genau meinst. Also wenn es ein Bankkonto ist, was bei LexOffice nicht auswählbar ist, ja, den kann ich dir leider nur sagen, such dir was anderes als LexOffice. Aber LexOffice ist echt gut. Such dir lieber ein anderes Bankkonto. Ich habe eine Empfehlung. Nein, ich konnte es unbedingt auch quatschen. Aber das ist genau der Punkt, den ich meine. Bei eurem Toolsetup das Wichtigste, worauf ihr achten müsst, ist, dass die Tools miteinander funktionieren. Genau. Ganz klar, warum können wir das Daten sammeln, weil wir quasi das Bankkonto und die Karte als die Quelle der Wahrheit, der Information definiert haben. Und das bedeutet leider auch, dass wir ganz viele Kunden nicht nehmen können. Wir machen keine GmbHs, wir machen keine Personengesellschaften, wir machen keine UGs, wir machen keine bilanzierenden Einzelunternehmen. Wir gehen wirklich auf Freiberufler und Gewerbetreiber, die auch eine EUR erstellen müssen. Und tatsächlich, eure Buchführung startet mit der Kontoführung. Das heißt, mit dem Bank und der Karte. Und natürlich haben wir dadurch, dass wir alles an einem Ort haben und natürlich eng mit der Solaris Bank und auch Visa zusammenarbeiten, haben wir viel mehr Informationen, als jemand ganz normal auf seinem Kontoauszug. Ist jetzt kein Kontoauszug, aber guckt euch mal auf dem Kontoauszug an, welche Informationen da draufstehen. Du hast ja pro Transaktion 5, 6 Datenpunkte. Das heißt, du hast ein Datum, du hast einen Betrag, du hast einen Geschäftspartner, du hast einen Überweisungszweck. Ja, und da wird es manchmal schon dünn. Wir haben natürlich in unserer Datenbank sehr, 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 sehr viel mehr Informationen. 40, 50 Datenpunkte. Wir kennen auch die Gläubiger-ID. Wir kennen, wir kennen die, wir haben die einzelne, eine riesengroße Datenbank an allen möglichen IBANs und so weiter. Wir haben teilweise Informationen über den Ort, wo ausgegeben wurde und so weiter. Und all das können wir ja verarbeiten, um am Ende auch eine künstliche Intelligenz, einen Algorithmus da drüber laufen zu lassen. Und genau, und dann haben wir das ein bisschen umdefiniert. Umdefiniert im Sinne von, es gibt eine grundsätzliche Buchhaltungsregel, und zwar keine Buchung ohne Beleg. Stimmt, aber es ist sehr viel einfacher, den richtigen Beleg zu suchen, wenn du vorher schon weißt, was auf dem Konto passiert ist. Das heißt, wenn ich schon weiß, dass Max Meier mir 1.000 Euro überwiesen hat, dann ist es viel einfacher, den passenden Beleg in einem E-Mail-Fach zu finden, weil ich nach Max Meier 1.000 Euro suchen kann. Und im Zweifel weiß ich über Max Meier auch noch die IBAN und die Adresse und alles Mögliche. Das heißt, auch unsere Belegerkennung ist einfach sehr viel besser, weil wir schon wissen, wonach wir suchen müssen auf einem Dokument. Und wir haben auch einige Systeme, wie wir automatisch Belege einsammeln können. Und zwar, also erstens, die Ausgangsrechnung relativ logisch, weil du kannst in Contest auch Rechnungen schreiben, und dann sind sie sowieso ab Sekunde eins schon in der Datenbank. Wir haben aber auch für die Eingangsrechnung, also die Eingangsrechnung haben wir auch eine Lösung und eine möchte ich euch gerne einmal zeigen. Und zwar haben wir eine Weiterleitungs-E-Mail-Adresse. Ihr könnt, wenn ihr Contest-Kunde seid, einfach alle eure Belege, wo die Rechnungen im Anhang sind oder aber auch in dem E-Mail-Text und so weiter, die könnt ihr einfach weiterleiten an belege-at-contest.com und dann liest das Contest-System quasi den Beleg aus, weiß ja schon, wonach es suchen muss, weil wir ja alle Transaktionen kennen vom Konto und ordnen das automatisch dem richtigen Beleg zu. Da ist die Erkennung sehr, sehr, sehr gut. Und richtig spaßig wird das, wenn ihr automatische Weiterleitungsregeln einstellt. Das heißt, ihr könnt natürlich auch die Regeln einstellen. Jedes Mal, wenn ihr eine E-Mail bekommt und da steht Rechnung, Receipt, Invoice, weiß der Geier, was ihn betrefft, dann könnt ihr automatische Weiterleitungen Richtung belege-at-contest.com einstellen. Und es gibt tatsächlich Kunden, die machen nichts mehr manuell. Also die nutzen tatsächlich ihr Bankkonto, das Contest-Konto. Und da wird automatisch, die Belege werden in der E-Mail-Fach einfach immer weitergeleitet. Contest matcht das automatisch. Und dann ab da übernimmt ja quasi die Contest-Steuerberatung mit der laufenden Buchhaltung und den Steuererklärungen. Das heißt, diese Leute haben seit Monaten nicht eine Sekunde investiert für ihre Buchhaltung und auch nicht für die Steuern, weil wir kümmern uns darum, dass alle Deadlines eingehalten werden. Weil das Finanzamt irgendwas will, reden die mit uns und nicht mehr mit denen. Das heißt, wir haben einige Kunden, die wirklich seit Monaten keine Sekunde mehr mit dem ganzen Stress sich beschäftigt haben. Und das ist der Anspruch, den wir haben. Eine wichtige Frage von Tobias, also ich habe nur die erste Zeile gelesen, aber ich glaube, die passt sehr gut. Kann ich einen Beleg hochladen, bevor die Transaktion geschieht? Also eine Ausgangsrechnung nach der Erstellung dem Versand an den Kunden direkt hochladen, später überweist der Kunde und wird erkannt. Ja, würde ich auch so machen. Einfach weiterleiten an belege.contest.com. Wir bewahren die auf. Du wirst erstmal eine Benachrichtigung bekommen, konnten wir nicht zusortieren. Es wird aber abgespeichert und sobald die Transaktion entsteht, wird es gematcht. Das heißt, das kannst du auch jeder auch davor machen. Gerade bei Ausgangsrechnungen hast du ja in der Regel erst die Rechnung und dann erst die Transaktion und nicht andersrum. So, einmal dazu. Warum können wir das? Und, ach so, das ist ganz wichtig, natürlich dadurch, dass alles Echtzeit ist, eine Datenbank, habt ihr mit eurer Contest-App und die Browser-Version und auch in der mobilen App natürlich jederzeit die Möglichkeit, einfach reinzugucken, was passiert gerade und könnt da natürlich jederzeit eure Fragen stellen, eure Einwände einwerfen und manche bestimmte Dinge kann man auch nur verstehen, wenn man die zusätzliche Information hat. Wie zum Beispiel halt, ich besuche gerade meine Oma, das ist keine Geschäftsreise und deswegen kann ich auch kein Verpflichtungsmeeraufwand absetzen. Und Hotel Mama ist leider bei Reisekosten ausgeschlossen. Zum Teil, ein bisschen Joke. Man kann trotzdem auch, wenn man bei seiner Mama übernachtet und betrieblich unterwegs, trotzdem was absetzen, aber Hotel Mama ist schwierig, dass sie euch Rechnung stellt. mit Blick auf die Uhr, ich möchte euch nicht zu lange langweilen. Ich bin froh, dass immer noch einige da sind. Ich möchte aber ganz kurz noch zwei Schritte sagen und zwar einmal Daten bearbeiten und Daten übermitteln. Daten bearbeiten setzt jetzt genau da ein. Wir haben halt in Echtzeit alles auf Zugriff und was ganz interessant ist, da rede ich so ein bisschen über unser Machine Learning Modell, unsere künstliche Intelligenz. viele Buchhaltungen arbeiten einzig und allein auf Mandanten bezogen. Das heißt, die haben einen Mandant, einen Kunde und gucken sich diesen Kunden an und versuchen den so effizient wie möglich zu bearbeiten. Wir haben quasi diese Daten, aber gucken auf alle. Uns interessieren nicht eure personenbezogenen Informationen und so weiter, das wird nicht weiter ausgewertet, aber eure Buchhaltungsdaten. Und da kann man wahnsinnig spannende Auffälligkeiten feststellen, wenn man da mal mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz, Verstand und sowas hingeht. Ich gebe euch ein Beispiel. Das heißt, falls irgendjemand zuguckt von der Konkurrenz, der Tipp, den schenke ich euch. Und zwar hat Amazon natürlich wahnsinnig viele unterschiedliche E-Bahns intern. Natürlich hat Amazon nicht nur ein Konto. Aber es gibt eine einzige E-Bahn für Amazon Prime Video. Das heißt, alle Umsätze von Amazon Prime Video gehen an eine ganz bestimmte E-Bahn. Das wird dir nie auffallen, wenn du Kunde für Kunde für Kunde buchst. Wenn du aber diesen gesamten Pool aus Daten anschaust und den analysierst nach Auffälligkeiten, fällt dir irgendwann auf, diese E-Bahn, sobald da Geld rangeht, das ist immer privat. Und deswegen haben wir ja auch ausgebildete Buchhalter, weil wir wissen, wenn die da durch sind, dann ist das richtig gebucht. Und wir sehen dann irgendwann die Auffälligkeiten, wo wir sagen, diese E-Bahn ist immer privat. Wie kann das denn sein, dass das immer eine Privatentnahme ist? Und dann gucken wir uns das an und sehen, hey, das ist Amazon Prime Video, was natürlich in fast allen Fällen eine Privatausgabe ist. Ich weiß, es gibt theoretisch auch ein paar Geschäftsmodelle, wo man Prime Video vielleicht auch als berufbetriebliche Ausgabe sehen kann. Aber wenn wir 99,9% aller Transaktionen auf eine bestimmte E-Bahn als privat sehen, dann ist das eine wahnsinnig interessante Information. Und wir können da hingehen und sagen, immer wenn diese E-Bahn gebucht wird, dann können wir zu 99,9% davon ausgehen, dass das privat war. Und dann kann unser System da eine Regel erstellen und sagen, immer wenn diese E-Bahn gebucht wird, auch in Zukunft, auch in zwei Monaten, in zwei Stunden, in einer Sekunde oder aber in zehn Jahren, dann wird das wahrscheinlich privat sein, weil es Amazon Prime Video. Und das ist jetzt ein Beispiel. Wir haben von diesen Regeln und von diesen Auffälligkeiten Hunde, Tausende bestimmt inzwischen, also wirklich Tausende. und die machen uns die Arbeit natürlich wahnsinnig einfach. Natürlich kann man bestimmte Geschäftsmodelle davon ausschließen. Also wenn ich Video-Editor bin und für Netflix Filme schneide oder für Amazon Prime Video Filme schneide, dann kann das natürlich sein, dass ich Kosten für diese Plattform auch betrieblich nutzen kann. Überhaupt gar kein Problem. Geht. Dann schließe ich diesen einen Kunden halt aus von dieser Regelung. Aber so arbeiten wir halt wahnsinnig viel effizienter, weil wir nicht mehr Kunde für Kunde anschauen, sondern uns diesen ganzen Pool an Daten anschauen. Und dadurch werden wir, was Machine Learning und Künstliche Intelligenz betrifft, natürlich sehr, sehr viel effizienter. In der Klassensteuerberatung spricht man noch so von Vier-Augen-Kontrolle, weil das Buchen und Kategorisieren ist das eine. Es kann ja aber theoretisch auch ein Fehler passieren, wenn zum Beispiel da ein Video-Editor oder Kameramann von Amazon ist, dann hat der natürlich vielleicht durchaus berechtigte Gründe, warum er sein Prime-Video-Abo gerne absetzen möchte. Auch da läuft quasi so ein Kontrollmechanismus drüber. Auch da sieht man ja Auffälligkeiten. Und das ist dann quasi, wo man, natürlich ist da immer ein Mensch auch involviert, der einen Qualitätscheck macht, aber auch das System, also die Qualitätskontrolle, die ist dann natürlich auch sehr maschinengestützt, weil wir dann sehen, ah, das ist auffällig und so weiter. Oder bei diesem Kunden widerspricht das häufig allen anderen Kunden, warum eigentlich und so weiter. Dann haben wir so ein Risikoscoring-Modell von wie wahrscheinlich ist das jetzt eventuell gerade falsch. Das heißt, auch die Vier-Augen-Kontrolle lässt sich in Echtzeit und automatisieren. Und was zusätzlich noch interessant ist, mit jeder einzelnen Transaktion, also wir erinnern uns, ihr sitzt im Restaurant, ihr zahlt gerade Bewirtungskosten mit der Karte, denn sobald das passiert ist, ändert sich eure Steuerberechnung. Das heißt, es ändert sich am Ende eigentlich eure Einkommenssteuerberechnung. Und das ist einmal ein paar Screenshots von der Contestamp, da möchte ich gar nicht so tief drauf eingehen. So sieht das ungefähr aus. Wir haben drei Reiter und zwar haben wir einmal oben ganz klein den Kontoauszug, 14.455,10 Euro und dann habt ihr in lila einmal, das ist das deins, was dir gehört auf diesem Konto. Dann hast du einmal die Rücklage für die Steuer für letztes Jahr und für dieses Jahr und dann hast du die Rücklage für die Einkommenssteuer. Weil bei weitem nicht alles, was auf eurem Konto passiert, also was ihr auf eurem Konto habt, gehört euch. In diesem Fall gehören euch 12.133 Euro von 14.000 Euro irgendwas. Das ist ja noch einigermaßen gut, um es mal so zu sagen. Und das verändert sich aber mit jeder einzelnen Transaktion. Das heißt, ihr benutzt wie auch immer, wie immer quasi die Karte und mit jeder Transaktion verändert sich eure Steuerrücklage und eure Auswertungen und idealerweise auch direkt die gesamte Steuerkalkulation. Und dann geht es am Ende natürlich die Daten zu übermitteln. Das ist ehrlicherweise auch vorhin in der Übersicht gezeigt. Das ist der kleinste Part. Natürlich haben wir eine direkte Anbindung an die Finanzverwaltung. Das heißt, wir nutzen auch die ERIK-Schnittstelle, also ELSTER-Schnittstelle und übermitteln das direkt ans Finanzamt. Aus dem Kontist-Universum werden die relevanten Informationen, also die Umsatzsteuerformel, zusammenfassende Meldungen, Steuererklärungen und so weiter, direkt an die Finanzverwaltung ermittelt. Wir haben Vertretungsvollmacht, das Finanzamt spricht mit uns, wenn ihr was wollt, wenn sie was von euch wollen. Wir können das dann schon filtern, übersetzen, einiges können wir vielleicht direkt beantworten, wenn es rein ablaufspezifische Sachen sind, wie im Sinne von reichen nochmal die drei höchsten Rechnungen für die letzte unserer Chef-Vormeldung ein. Können wir machen, wir informieren euch ganz gerne, aber das übernehmen wir einfach von euch, da seid ihr komplett einfach da draußen. Coming soon ist Echtzeitauswertungen. Klar, wir haben die Steuerrücklage, wir werden auch, und da arbeiten wir gerade dran, und es gibt es auch schon, es gibt es leider nur noch nicht einsehbar für euch, ist tatsächlich Echtzeit-BWA. Das heißt, eine betriebswirtschaftliche Auswertung, mit jeder einzelnen Transaktion ändert sich eure betriebswirtschaftliche Auswertung. Das heißt, wenn ihr einfach nur eine saubere Kontoführung habt, dann habt ihr quasi in Echtzeit eine transaktionsaktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung. Was Wahnsinn ist, gibt es sonst so nicht. Gibt es tatsächlich auch schon, hier steht Coming soon noch davor, Coming soon kommt für euch, wir testen das im Hintergrund schon, also ich sehe das schon, mit jeder Transaktion ändert sich diese Auswertung, ändert sich schon. Wir wollen das jetzt natürlich noch testen und reviewen, aber es läuft schon seit ein paar Wochen bei uns, das heißt, es wird es auch zeitnah dann quasi für jeden Kunden einsehbar geben. Und natürlich auch einen Überblick über sämtliche Steuerdokumente. Natürlich bekommt ihr, wenn ihr Steuerbescheid bekommt und so weiter, kriegt ihr von uns das auch, aber das Ganze wird auch noch ein bisschen schöner, also schönere Ablage, alles in einer App, dann habt ihr auch alle eure gesamte Unterlage digital bei Contest mit gesamten Sicherheitsstandards, die wir da haben, archiviert und digitalisiert und habt da dann an einem Ort jederzeit Zugriff darauf. Könnt dann aber auch, wenn ihr irgendwas braucht, direkt sagen, ey, ich brauche da bitte mal einen Stempelunterschrift von meinem Steuerberater, weil meine Bank will das. Können wir dann sofort machen. Sieht dann ein bisschen so aus mit dem Hochladen. Einen Punkt möchte ich euch auch noch mitgeben, und zwar woran arbeiten wir dann jetzt gerade oder für die Zukunft. Was cool wird, wenn wir in Echtzeit da sitzen, wir erinnern uns, wir sitzen im Restaurant, geben Betriebs, hier Bewirtungskosten ein. Wenn wir das sehen, wir sehen ja, oh, da wird gerade Geld gezahlt an diesem Ort, an einen Inhaber, der heißt irgendwie Gastro oder Restaurant oder Restaurante oder Café oder Bar oder keine Ahnung, aufgrund von Keywords sehen wir, ah, kennen wir schon. Vielleicht kennen wir den Namen sogar schon, weil irgendein anderer unserer Kunden schon vor drei Wochen oder drei Jahren da mal essen war, wissen wir, oh, kennen wir und dann kriegt er eine Push-Benachrichtung im Sinne von, ey, auf dem Bewirtungsbeleg muss das, das, das stehen, hier hast du eine Vorlage, füll das doch direkt mal am Handy, die Informationen aus und Speicher ab und dann hast du es erledigt. Das heißt, Tipps sofort geht oder ihr seid mit der Karte am Bahnfahrkartenautomaten von der Deutschen Bahn, steckt das rein, kauft euch euren 9-Euro-Monats-Ticket und kriegt direkt auf das Handy eine Push-Benachrichtung und wir sehen, wir sehen gerade, du kaufst gerade bei der Deutschen Bahn ein, weißt du übrigens, wenn du Geschäftsreisen machst und länger als x Stunden unterwegs bist, kannst du auch, wenn länger als 8 Stunden unterwegs bist, kannst du auch Verpflegungsmehraufwand absetzen in Höhe von 14 Euro, können wir machen, weil wir anhand der Transaktionen, insbesondere mit der Karte, sofort erkennen, was gerade eventuell für dich relevant ist und das wird dann sehr, sehr spannend. Dann ist das wirklich eine, ja, ist es nicht wirklich eine Beratung, weil es natürlich auch automatisiert ist, aber es sind Echtzeit-Steuertipps und klar kannst du den Steuertipp einfach nehmen und für dich nutzen oder du kannst aber jederzeit einen Button klicken und sagen, hey, dazu möchte ich mehr erfahren oder jetzt anrufen und dann rufst du nochmal an und schilderst nochmal deinen individuellen Fall und können wir dich direkt beantworten. Wir wissen aber schon, worüber wir reden, weil wir deine Situation, deine echte Situation kennen. Also du hast ja noch, also du bist noch nicht mal aufgestanden im Restaurant und hast schon von deinem Steuerberater einen Tipp bekommen, was du da machen kannst. Klar, du darfst uns auch gerne ignorieren, also wir müssen uns jetzt nicht zu jedem Date mitnehmen, aber wobei Bewirtungskosten bei einem Date sind steuerlich sowieso schwieriger. Aber wir sind dicht dran. Unser Steuerberater, also Steuerberater von uns hat letztens gesagt, naja, dein Steuerberater ist am Ende der Stadt, meiner ist in der Hosentasche und genau das ist der Anspruch. Wir wollen, dass dein Steuerberater eine Hosentasche ist und genau so schnell auch ist. Genau. Die anderen Punkte habe ich glaube ich schon erzählt. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann immer her damit. Abschließend aber noch die Frage, was bedeutet das alles für dich? Und da ist es entscheidend. Mehr als eine Kontoführung wird in Zukunft nicht mehr nötig sein, um seine Finanzen und Steuern im Griff zu haben. Und zwar mit dem Setup Visa-Karte, Solaris Bank, Contest App, Contest Steuerberater. Das ist quasi das viergespann, drei, vier, das klingt falsch, aber das sind die vier Bausteine, die ihr braucht, um wirklich die automatisierte Buchhaltung ever zu haben. Genau. Dazu beantworte ich gerne alle Fragen und jetzt werdet ihr mit Sicherheit denken, oh, der Typ labert auch nur und preist sich selber an, wie er nur kann. Das reimt sich. Es sagen auch unsere Kunden und das könnt ihr gerne selber nachlesen, das werde ich nicht vorlesen, weil tatsächlich mein Laptop gerade ausgegangen ist und ich jetzt in meinem Handy die Kommentare nachlesen muss, falls ihr welche habt. Es ist ein bisschen doof, Akku leer. Deswegen versuche ich jetzt gerade mich hier einmal auf dem Handy zu finden, um auch eure Kommentare zu sehen. Deswegen dürft ihr in der Zwischenzeit gerne die Meinung vom Kunden auch selber lesen. Ihr könnt das auch nachgucken, die Sterne kennt ihr, oder? Trustpilot könnt ihr gerne auch selber nachlesen. So. Erster Kommentar ist, die Videobeschreibung ist vollkommen falsch. Wer wird schon eine Rechnung im Ausland? Rechnung ins Ausland innerhalb der EU Waren liefern? Heidewitzka. Michelle sitzt im Hintergrund und ist zuständig, dass das hier technisch gerade so einwandfrei alles funktioniert. Michelle, für alle Leute, die Interesse daran haben, an dem Webinar, was in der Videobeschreibung angekündigt ist, also die Beschreibung passt nicht wirklich zu dem Titel, da gebe ich dir hundertprozentig recht, aber dieses Webinar gab es auch einmal, vielleicht findest du das ja und kannst das einmal in den Chat posten. Also wann, falls das für dich interessant ist, lieber Tobias, dann guck dir das mal, guck dir mal auf unserem Kanal. Das Webinar, das gab es tatsächlich auch in echt. So. Tobias hat auch noch eine Frage. Baut ihr euer Rechnungstool noch aus, zum Beispiel Speicherung von Kundendaten? Ja, hundertprozentig. Ist natürlich nicht die allerhöchste Priorisierung. Auch persönlich meine größte Empfehlung ist, wenn du ein umfangreiches Rechnungstool brauchst, würde ich auch da LexOffice empfehlen. Da reicht natürlich der günstigste, billigste LexOffice-Plan, aber auch das kannst du connecten mit Contest und dann zieht sich nämlich, Contest zieht sich automatisch die Rechnung, in die du in LexOffice schreibst, wenn du Contest mit LexOffice connected hast. Deswegen habe ich es auch empfohlen, weil es funktioniert zusammen sehr, sehr gut. Aber auch wir wollen natürlich unser eigenes Rechnungstool noch weiter ausbauen und gerade was du an Speicherung von Kundendaten sagst, ist ja für uns auch interessant, weil ein Kunden, den du hast, den hat ja vielleicht auch jemand anderes. Das heißt, diese Informationen, die sind natürlich auch für die zukünftige Automatisierung generell immer interessant und deswegen kommt da noch was. Kann dir aber natürlich sagen, dass wir insgesamt natürlich den gesamten Prozess und Workflow anschauen und jetzt nicht nur die Rechnungstool-Lösung. Deswegen ist das jetzt eine Baustelle von vielen. Flo schreibt, ich muss gleich los. Erstmal schön, dass du da warst und schaue mir den Rest per Aufzeichnung an. Nochmal zu meiner Frage vorhin. Ich habe bei der Gewerbeanmeldung heute als Datum angegeben, habe aber bereits seit mehreren Monaten Waren eingekauft. Muss ich jetzt den Tätigkeitsbeginn auf den Fragebogen auf heute setzen oder zum Beispiel Februar? Flo, genau, habe ich dir gesagt, jetzt musst du dir die ganze Aufzeichnung reinziehen für meine kurze Antwort. Grundsätzlich musst du den Anfang deiner Tätigkeit eintragen, das heißt Anfang Februar. Das heißt, wenn du da die Möglichkeit hast, das noch zu ändern, dann mach das. Ich würde aber nichtsdestotrotz, du hast relativ wenige Probleme, wenn das innerhalb des Jahres blöder wäre gewesen, wenn du letztlich am November schon was gemacht hättest. Du kannst auch, wenn das schon abgeschickt ist, kannst du auch heute nehmen und dann würde ich aber anschließend nochmal, sobald du die Steuernummer hast, beim Finanzamt mal anrufen und sagen, ah, ich hatte schon Ausgaben und würde trotzdem Umsatzsteuer Vormeldung für die Monate vorher abgeben. Würde ich aber tatsächlich einmal beim Finanzamt anrufen, sonst akzeptieren sie nämlich deine Umsatzsteuer Vormeldung nicht und werden es einfach ablehnen, weil kein Signal, weil du noch nicht gegründet hast. Wenn du es noch ändern kannst, dann solltest du das aber auch Anfang Februar stellen und dann auch die Umsatzsteuer-Vormeldung abgeben. Ich meine, du kriegst in der Regel dann ja Geld wieder. Sergej schreibt, hallo Melcher, vielleicht baut ihr noch sowas wie ein Kunde und Produkt-Service-Management ein. Hallo Melcher, vielleicht baut ihr noch sowas wie ein Kunden- und Produkt-Service- Management ein. Sergej, was meinst du? Also Sergej Frese, ich glaube, es gibt zwei Sergejs, oder? Es gibt Sergej Berlin und Sergej Frese. Schreib mal gerne dazu, was du genau meinst. Reverse schreibt, eure Philosophie ist super, nur darf ich eventuell in ein Jahr keine EUR mehr machen, da ist mir ein Wechsel für ein Jahr zu aufwendig. Reverse im Zweifel, ja, also ich weiß, was du meinst. Ich vermute, dass du Gewerbetreibender bist und einfach über die Umsatz- oder Gewinngrenzen bist und dadurch bilanzierungspflichtig wirst, das kann natürlich sein, das kann, also ja, wann das genau passiert und so weiter, ich verstehe auch, dass das zu ätzend ist, das zu wechseln. Guck dir mal, also guck dir mal tatsächlich das Do-It-Self-Paket an, selbst da, ich kann meine Hand dafür gerade nicht ins Feuer legen, dass du mit LexOffice gut ernsthaft bilanzieren kannst. Ja, wenn du dazu Fragen hast, irgendwie auch Wechsel oder vielleicht tatsächlich auch die Bilanzierungspflicht verzögern kannst, ähm, also auf zwei oder drei Jahre, in drei Jahren und so weiter, da kriegt man das eventuell noch verzögert, aber ehrlicherweise, ähm, musst du entscheiden, ob sich das jetzt lohnt, für zwei oder drei Jahre zu uns zu kommen. Ähm, wenn das interessant ist, dann, äh, dann, 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 dann schreib uns gerne mal an, an, idealerweise an steuern.com, wenn du auch sagst, nee, das lohnt sich auch für zwei oder drei Jahre nicht, dann verstehe ich das hundertprozentig, dann, äh, äh, würde ich mal sagen, äh, wünsche ich dir natürlich viel Erfolg mit allem, was du machst. Ähm, und am Ende ist es, bilanzierungspflichtig zu werden, ja, es ist nervigere Mistarbeit, aber, ganz ehrlich, es ist ja auch etwas, das muss man erst mal erreichen. Also, deswegen, herzlichen Glückwunsch für deine erfolgreiche Selbstständigkeit in der, in, an dieser Stelle. Ähm, Sergej, äh, hat nochmal ergänzt zu, also du hast eben gefragt, hallo Melchior, vielleicht baut ihr sowas wie ein Kunden und Produkt Service Management ein, äh, sowas wie in LexOffice Kunden anlegen, wo man Rechnungen ausstellen kann, die Produkte, die man, äh, in Rechnungen auswählen kann, anstatt händisch immer einzutragen. Ah, Sergej, jetzt habe ich es verstanden, das geht quasi in die gleiche Richtung, wie das, was, äh, Tobias geschrieben hat, Speicherung von Kundendaten. Ja, genau, das meine ich. Ich dachte, ich dachte irgendwie bei Contest, ein Kundenmanagement, dass wir unsere, dass wir uns, also, also wir, unsere Kunden, also euch managen, das habe ich nicht ganz verstanden. Äh, nee, das ist klar, äh, das steht tatsächlich auch für das Rechnungstool tatsächlich auf der Liste, das, ja, also unser Ziel ist es immer, Zeit zu sparen. Das, das ist wirklich die, die, unser Hauptanliegen mit allem, was wir machen, wir wollen euch Zeit sparen. Gut, ich bin jetzt natürlich, fühle mich ein bisschen limitiert, dass ich hier mit dem Handy sitze. Fühlt sich so ein bisschen so an, als wenn ich Doodle Jump, äh, spiele, während, während ich euch was erzähle. Ähm, das sind aber zumindest alle Fragen, die ich gerade sehe. Ich hoffe, dass ich alle sehe auf dem Handy. Abschließend kann ich nur sagen, ich danke mich für eure Aufmerksamkeit, ähm, kann euch dringend empfehlen, natürlich diesen Kanal zu empfehlen, äh, selbstverständlich. Ähm, ich, äh, kann euch schon mal einen kleinen Ausblick und Ankündigung geben für nächste Woche Dienstag. Nächste Woche Dienstag machen wir mal ein komplettes Tool Review von Einkommensteuererklärungstools. Also wirklich ganz explizit den ganzen Mist, äh, wie kann man das digitaler machen. Habe ich vorhin schon erwähnt. Wundertax und, äh, Taxfix und Smartsteuer und Steuerbott und all so ein Zeugs. Das heißt, wir gucken uns alle genau mal an, Schritt für Schritt, wie sehen sie aus, was sind die Stärken, was sind die Schwächen und so weiter. Was könnt ihr als Selbstständige benutzen, was nicht. Ich hab schon ein bisschen gespoilert, äh, vieles könnt ihr nicht benutzen. Smartsteuer ist meine persönliche Empfehlung an euch. Ähm, ihr könnt natürlich auch anderes nutzen, es gibt auch einige andere und die ganzen V- und Nachteile und so weiter, die gucken wir uns nächste Woche Dienstag um 17 Uhr einmal gemeinsam an, alle hier auf diesem Kanal. Wir sind jede Woche Dienstag um 17 Uhr live dabei. Deswegen lohnt es sich auch wieder den Kanal zu abonnieren, weil wir nicht nur Live-Webinare haben, sondern auch eine ganze Reihe an, äh, abzu, ja, den ganzen, äh, jetzt hat mich Tobias abgelenkt. Abzutöchterchen, Feierabend. Genau, genau, das ist der Plan. Ähm, äh, das ist gleich der Plan. Äh, aber nächste Woche gucken wir uns das an. Äh, würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ansonsten großes, großes Dankeschön einmal an, äh, Visacard, einmal für die tatsächlich im Alltag hervorragende Zusammenarbeit. Ohne euch wäre das so nicht möglich. Und natürlich auch für diese Webinar-Kooperation, äh, und auch OMR, die auch diese Webinar-Kooperation möglich gemacht haben. In diesem Sinne, ich bedanke mich, äh, bei euch, äh, Tobias sagt, äh, sagt, was ich jetzt vorhabe, abzutöchterchen, äh, und Sergej schreibt, danke an euch, macht echt Spaß, hier zuzuschauen. Auch das freut mich eigentlich absurd. Wir reden hier über Steuern und du sagst, es macht Spaß. Damit habe ich, glaube ich, das Maximum für heute erreicht, äh, und wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund, äh, genießt das lange Wochenende, was jetzt kommt, und so weiter. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao, ciao.